So, also heute hier zum Weinreben-Seminar und hier steht ein junger Mann. Hallo! Was haben wir denn heute gemacht? Wir haben heute Körbe gemacht für die Deko am Weinreben-Regionale von hier, von der Weinstraße, von der Pfälzischen. Das sieht ja lustig aus. Und? Hochschule? Hochschule Geisenheim. Wir kommen aus dem 5. Silvester. Unser Modul heißt Dienstleistung im Gartenbau. In dem Fall jetzt plus Touristik. Und ja, wir haben uns hier informiert und haben das Frauenhörer von hier. Aber das hast ja nicht alles du alleine gemacht. Das sind ja noch ein paar andere. Die trauen sich nicht dazu zu kommen. Hallo! Richtig Männer, nicht nur Frauen können solche tollen Körbe herstellen. Da kommen die anderen noch dazu. Hallo! Ja! Wie ist das jetzt mit dem Foto? Ich hoffe, dass es auch einer ist. Kommt es jetzt. Sieh mal was auch. Sieh es alles. Pass auf. Das ist meiner. Genau, mach mal irgendwas. Du hast so ein richtiges Vogeln. Ein richtig schönes Vogeln. Aber es sieht nur gemütlich aus. Und jetzt muss man sich Two Dear. Wenn uns auf die Hand gehen. Untertitelung des ZDF, 2020